Ja, aber ist nicht so pro, dass wir... Wash B! Wash B! Oh, Awe! Awe! Ah! Flash! Äh, wie war das? Ich hab das jetzt in der ersten Runde nix holen als... In der ersten Runde nix. Nix, 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 nix. Gehen wir B? Ja. Ist B unser Rot? Ja. Ne, wir können uns ja mal so ein Custom-Labs runterladen. Äh, und dann können wir dann AWP, AK und so... Können wir da mal drauf üben. Sind Sie da? Jetzt haben wir ja. Auschen. Die andere Waffen... Hinter dir. B, du bist los vor mir? Ne, ja. Doch, da bist du. Oh. Ich geh unten lang, du Palace. Oh. Und das clear? Aspoor ist auch clear. Was ist das hier? Was sind die? Sind die? Jetzt doch B? Die sind B, die Fixer. Wir sind B, die Fixer. Ah, die ist aber tot. Ich hab die Deckung. Boah, ich hab nix getroffen, Alter Oh shit Keine Fuß, Kid Schau ich Der erste ist salty Wie ich gest... äh, vorgestern Jetzt? In der Zeitenrunde? Martin? Ja, im Code, oder? M4 und Kevlar und mit Granate Hab ich auf Null gekauft, warst du so richtig? Richtig so Irgendwann ist halt nicht sterben, das ist der Plan Okay B B Ja Habe ich gesehen, oder wie? Gleich Ich geh durch Ich geh über den Spawn Ich seh nicht mal wen Gut, dass gut an meiner Taktik ist, ne? Ich werde meine Waffe nicht verlieren Hier sind sie Ja, ich bin hinter dir Du musst gewinnen Oh, easy Nicht gestorben, ne? Easy Taktik ist aufgegangen, Tobi Ich hab Flash und Smoke Gut Einer mit ner Arfe Ja Da geht's wahrscheinlich jetzt bitte Blobst Ich weiß nicht, ich hab irgendwie den Shop ausversehen Mit irgendeiner anderen Taster als B geöffnet Okay Biffst du Smog? Oh Die sind da hinten Pass auf, die könnten vor der Umgärtszeit kommen Hast du noch eine Smog? Ich flasche Ich bin nicht mehr Ich bin nicht mehr Ich bin Oh, da ist einer Shit Ich hab noch ne Smog Danke Sollen wir rein? Oder warten? Nein, nein Du darfst eigentlich niemals durch Smog gehen, weil der Gegner wird dich sehen bevor du ihn siehst Das ist, weil deine Hände gucken dann schon raus, weiß er? Bevor du was siehst Dadurch weißt der Gegner schon vorher, wo du stehst Wo lang? Genau Ich geh mal weiter da Ach, schätze sie sind die beiden letzten Wochen Ach, schätze, sie sind die beiden letzten Wochen Da hast du ne Awe Ich hab die Oh shit, oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Fing dich doch Die Bombe liegt in der Mitte wir sind jungen und schärfschützen lässt die brüsten jetzt auf versteckt ich glaube ich wir haben es auch geschafft warum auch immer wir gewinnen zeit der zeit deswegen solltest wir weg laufen ja noch mal der empfehlung ich habe flash und smoke wieder ich hab smoke und nade okay du bist orange ich smoke da kommen sie ich hab gerade die waffe gewechselt gehabt ich wollte gerade nade werfen noch ich hab die baufläche oder ich hab die baufläche oder ich hab die baufläche Ich hab ne Flashbang. Was war's wenn ich gleich genug Geld hab wo ich mir vielleicht einfach ne Aave. Hier. I got a grenade fire. Das wird der Titel. Das Beste ist, ich dachte mir dann auch gerade so. Zweimal gesungen, das muss der Titel werden. Okay, sind sie echt? Wo gehst du lang? Weinkauer gekommen? Ich geh weinkauer. Ich geh weinkauer. Ich geh was bauen. Warum heißt das eigentlich Weinkäller? Hier sind Teppiche. Ein bisschen rassistisch, wenn man sagen Teppichhändler. Oh, das war n Eddy. Easy peasy. Wenn ich gleich sterbe, wo ich mir wirklich ne Aave mach. Da wird jetzt einfach in der Serie Noobs im CSGO einfach geübt. Weil ich bin ja Noob mit Aave, ne? Mhm. Hier haben Diffuse-Kit, falls was Schlimmes passieren sollte. Ich hab da auch mal eins gekauft. Ich hab eins gekauft, ich hab eins gefunden. So, lol. Hatte wahrscheinlich ein anderer, der an ein anderer CC gestorben ist. Ich hab zwei Flashbangs. Okay. Was so? Ich smoke erstmal natürlich. Da ist nix. Ich hab also nix. Ich hab noch nix gespottet. Ich hab das Blut auch gesehen. Da sind mindestens zwei drin. Körnüter. Was so? Ich hab da wieder. Ich hab' den Körnüter. Schlafen. Mach' den Körnüter. Ich hab' den Körnüter. Ich hab' den Körnüter. da kommen wir wahrscheinlich jetzt durchs flanzer unter ich hab den linken gesehen, ich hab dich zu rechten gesehen ich hab ja nur angesagt, meh du Spacken, weißt du was gehen sie da alles los? du bist, ne einer lebt noch, ne? ja okay, dafür dass er so scheiße ist mit dem Calls oder so, ne? das war schon, das war schon pro so, ich bin echt ne Awe, warte, sag mal gönn dir Tobi, gönn dir, gönn dir ich def für dich dann, ne? so, Sniper Duell macht ja eh zu Puh ja 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 das ist die Ziele, dann genau so zielen, wo du jetzt jetzt stehst, ne? boah, da ist Tobi du, wo es gleich nach links runter ist? ich steh rechts von dir auch Ich habe nicht mal, ich sehe jetzt eine Leiche. T-Wacken? Ja. Einfach raus, Frust. Ja, ich habe einfach darauf gewartet, dass er um die Ecke kommt. Warte, ich habe ein bisschen Geld, ich könnte mir mal ein Schärfungskütt. Ja, ich habe ein bisschen Geld. Ich habe ein bisschen Geld. Soll ich ein bisschen runter? Soll ich da unten? Ne, ne, passt schon. Gernade. Deploying Flashback. Er ist einer. Okay. Sei mal die Ava, wenn du kommst gleich. Oh. Boah, ich denke mir so, oh Gott, ich will sich in die Flashguck, Martin. Er schreit. Throwing Smoke. Oh shit, wo die? Ich glaube, Pinter der. Hinter dem Ben. Du bist ein. Oder? Ne, aus. Sorry, kann ich nicht sehen. Ja, ist alles ok. Kann aber wirklich eine kaufen. Ja, ich kann aber auch. Ich habe auch Geld. Ich habe nicht so viel wie du. Ich habe 4.000. Ja, das hat mich direkt eine kaufen. Biss in Ava trainieren hier. Hallo der Herr. Von A. Ja. Ja, aber ich hab den doch getroffen. Der geht zu B, oder? Oh! Wupp, wupp! Ich steh hier hinten in der Ecke am Panzer. Eine AWP? Danke! Äh, Russland sollte ich mir auch kaufen. Ja. Ich will mal auch. Blend-Granate. So, Martin, dann machen wir mal den nächsten Mund. Völlig, ne? Für 8-0 steht's. Ah, ich hab mich selber geflasht. Nice. Ach, mit. Warte, ich hab eine Granate für Sie. Einlieferung! Ich glaub, die kommen nicht, aber... Wo gehst du hin? Ne, da ist keiner. Geh mal nicht da entlang. Ich geh, äh, woanders sagen. Soll ich hier einfach Stein? Ich bin nur Tür, oder? Soll ich Stein, oder soll ich mitkommen? Scheiss, ich bin gerade voll verwirrt. Soll ich mitbleiben, oder soll ich mitkommen? Ich hab ja mal gekillt. Ich bin entverwirrt, gerade Tobi. Du musst mir nur sagen, ob ich mitkommen soll, oder warten soll. Ne, du solltest da bleiben. Da. Okay, hier ist auch die Bombe in der Tür. Ja, deswegen komm ich jetzt zu dir. Die sind da. Zwei. Fuck, ich hätte Leute kommen, sondern ich wusste es. Was? Ich glaub mit der Aave... Das kann ich dir keine Aave kaufen. Ich könnte mir einen kaufen, aber ich weiß nicht, ob es sich lohnt. Aber ich mich da jetzt zu sein mit runterkaufen. Ne, du brauchst mir jetzt, glaub ich, ich brauch sie nicht zu sein mit. Noch mal eine Aave. Du brauchst nicht zu sein runter. Ja, ich glaub's nur trotzdem. Achso, ich hab verstanden. Ne, das passt schon, hast du gesagt. Hab ich verstanden. Natürlich, Tobi. Natürlich. Hast du das? Was? Smoke? Smoke dahin. Nö. Wie war's? Mit Aave stürmen, ne? Ja, genau. Alter, weißt du was ich... Du schießt und ich sehe da oben, dass jemand... Ja, ich dachte auch. Ich hab mir so... Ich hab mir so... Alter, das hat er jetzt nicht ernsthaft gemacht. Okay, jetzt keiner. Okay, ich komm. Ich geh mal Mitte. Über Weinkeller? Ja. Okay, da war einer. Ich glaub es sind noch mehr. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Da oben ist einer. Da um die Ecke. Ich hab' nicht richtig getroffen. Diesmal hab ich nicht runtergekauft. War alt geplant. Das war Taktik, ne? Taktik, genau. Ich war aus meinem eigenen Team jemand mit... Mit, äh... Jetzt geht das Geflame im Geekner-Team los. Wenn ich mit auf'n Team mit... Äh, mit der Aave schießt, ne? Du bist mein Team tot, oder? Jep. Ich glaub das war ne richtig beschissene Smoke. Nö, die ist gut. Ah, doch nicht. Okay, die kommen, die kommen, die kommen. Ich wechsle den Standort. Oh, chill mal, junger. Wo ist denn der? Da ist ein, einer ist da. Wow, das war fast der Schott. Der ist weg. Der ist aufgehauen. Okay, ich bin hinter dir. Oh fuck, fuck. Hier, wahnsinnig, der steht um die Ecke. Genau da, wo ich gestorben bin, um die Ecke steht auch. Der ist weg. Folg dich nicht. Eigentlich muss ich ja nur überleben, ne? Jep. Ah, ich hab ne Scheiß gerade. Ja wahrscheinlich. Also... 3, 2, 6 zu mir, das geht so nicht. Nö, mit der Aave hab ich einfach zu wenig. Ich kann mal die Aave weggeschmissen. Haha, ich schmeiß halt die Aave weg. Jo. Ich hab übrigens mir den Skin für die auch gekauft, ne? Cool. elke auf. Wollt ihr jetzt, übrigens nie. Wollt ihr jetzt mit der AK zoomen. Wollt ihr jetzt mit der AK zoomen. Wollt ihr jetzt mit der AK zoomen? Wollt ihr jetzt mit der AK zoomen? da können wir rein nee, ich glaub die sind da nicht egal einer ist jetzt da ist jemand da ist jemand ich bin nicht hinter dir ne just saying fuck, oh shit, die sind doch Spot wo sind die? und Spot, die sind A doch die ganze Zeit gesagt, die sind A einer war bei B ich hatte nur 22 gleich von dem einen verdammt dankbar in der Zubu das jetzt nicht macht hauptsache haben wir erstmal die Style-Punkte ne ja noch zwei Runden, ne ne brauch ich mir mal da auch kopfhörig mir dreh ich mal zu mir ja muss man mal ein Skin zeigen so ja, sieht billig aus billig ja, schön dass du ihn gekauft hast Martin hat halt auch nur 3 Cent gekostet was erwartest du schlampe was episches ja, die sind da ja 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 das das ja das das und das das besituer gerade auf jeden fall einer so ein gespitz hat mich angeschossen quasi wieder um die ecke oh bei a wir sind die einzigen die leben ich bin tot ich schieße da oben auf den künstleren ernsthaft aber das hat mich in meinem zugucken wir kaufen ich habe gerade gefragt ob du mir kaufen kannst soll ich was geben ja so hast du es ist gar nicht so gut weil ich sehe die letzte Runde das geht schnell warum ist das jetzt runter für diese Seite nein naja ich verrechne egal Martin müsste letztendlich 1 gegen 3 los Martin was was in 3K ok bis bei B was wieso i ich glaube du solltest wegrennen doch genau versteck dich in seinen Sprengköpfen ah jetzt bin ich kaputt ja ich könnte dann das glauben ich habe gehen wenn du willst da hast du so ja 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 Martin in den Kopf schießen ich weiß was ich jetzt machen werde alle weg da ich hier kommt der ich 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 da liegen jetzt 5000 Euro im wird auch nachbieter eine gewöhnt mich er holt mit der hafe sich da das neuer musste und da ist sie hier niemanden das ist das und da bin ich tot was war ich doch den schneider kaufen lassen nix kaufen auch hier auf der seite noch doch der technik also die kauf wirklich nicht in die glock ich gehe oben wir haben Ich geh unten lang, ich geh unten lang Scherze, bitte kommen Sie Ich fand sie war das jetzt Ich mach auf der Zug Ah, ist eine euch nütze Thema Äh, was jetzt? Ja, absolut Ja, jetzt, ne Noch ne Echo Auch nur Pistol? Ja Ja Jetzt brauchen wir ne Pistol mit Durchschlag Ich hin die P90 Ich folge dir, Martin Scheiße, da steht er schon Ich hab's Ich hab's Ich hab's Und wie Snapen kann der Aha Ja ja, das spielt ja auch ein Bild von Silvanas, ne Aber wir snipen können und der Hut mal gilt Von hinten Jaja, jetzt kann ich mitnehmen. Kevlar und dann ne UMP? Vor allem ne Galilie. Ne Galilie, ne? Ah, ich hab ne Galilie. Ich mag die, die ist präziser. Wo lang? Was sagt die Bombe? Ah. Geh mal rüber zu mir und mach ein bisschen Terror. Boah. Boah, Alter, hab ich mich erschrocken. Er ist von links gekommen. Von rechts. So, der ist jetzt mein Twix. Wir verkacken so ein bisschen Kraft, ne? Aha. Aber was nicht ist, das kann doch werden. Ja, könnte man gewinnen. Zupu muss ich carry'n. Ja. 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 Und eine gibt mir doch. Sorry. Ja. Wir haben eine Galil, oder? Und nämlich eine AK. Könnten wir, ich können wir ja. Komm. Komm, wir machen mal typisch. Machen wir typisch T-O. Ja. Bombe geht B. Ich gehe B. Ich gehe mit B. B geht Mitte. Bombe liegt hier. Ich nehme sie und gebe B. Ja. Der will snappern. Ja. 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 Da sind zwei. Ja. 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 Ich gehe mit B. Ja. 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 der hat jetzt einmal funktioniert dann wird jetzt einfach durchgelaufen. Erstmal Fernseher ausmachen ich bin zwar alleine weh, aber naja ich raus schau, ich muss mein Twixack legen Ey, und ich bleibe, wir wollen gerade hängen Dürf mich? Oh, ich geh kitchen gucken Unbeliegt Ist bei dir was? Ja, da ist einer, einer kommt kitchen Ich bin nicht so, hier Habe ich Na, kaum, ich glaube, man ist Du hast es bekommen, sei dankbar Halt die Fresse, du Spaß Ist das eine Granate oder so? Granate Bitte nicht töten, bitte nicht töten Ja, wir können abbauen Ich bin schon bei Ich bin schon bei A Ich habe keine Bombe Ich bin schon bei 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 ersten aber der erste habe ich ja neben gesetzt wie ein richtiger es wird ja genug gesagt dass die sg 553 wird als nupfer bezeichnet was er gar nicht an dem ob ich habe die gruppe ich gehe jetzt mit mobilität los muss ich beschütze ich darf nicht sterben mit der moment hat ich werde sie nicht weg liegen ich habe die bombe ich wurde einfach nicht gerannt an ihm vorbei wie hieß denn mal chatten? y ne? ja ne u also im team y ist alle oh du hast die kiste gekriegt oh nice ich habe nichts gekriegt ich habe eine scheiß kda ich habe auch nur 12-13 ja aber guck mal ich habe 21 du hast 34 scheiße das war dann würde ich mal sagen die dritte episode meine freunde das Syracos Gaming Group die Syracos Gaming Group verabschiedet sich dann der Syracos Gaming Group der Syracos Gaming Group verabschiedet sich dann und möchte vielleicht Martin noch einfach sein tschüss ok er sagt einfach tschüss ja dann bis zur nächsten episode bis zum nächsten Video danke bis zum nächsten Video